Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Till hier mit der 47. Folge meiner Serie Let's Game with Till. Und wir beginnen eigentlich direkt mit dem Gameplay hier, nicht viel noch davor am Machen, keine Spieler kaufen oder so, keine neuen Teams. Nein, es gibt weiterhin vier Spiele in dieser Folge. Nächste Folge gibt es dann ein neues Team und zwar um Team of the Season Moreno. Da habe ich mir schon was zusammengebaut und ich glaube, das Team sollte ziemlich gut ankommen und ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr geiles Team. Hier direkt mal die erste Szene übrigens mit Ben Arthur. Wir starten vom Anstoß aus und das ist eigentlich ein richtig geiler Skillrun, wie ich finde. Ziemlich viele Gegner eigentlich so ausgetrickst und dann hier zum Schluss dann sogar nochmal mit dem Scoop Turn 2 auf einmal ausgetrickst, aber dann der Schuss leider zu unplatziert, ziemlich genau auf den Torwart einfach und der hat dann da keine Probleme, den Ball zur Ecke zu klären. Dann mecker ich Steven dann jetzt hier, ja da verliere ich eigentlich schon fast den Ball, aber er holt den Torwart einfach so extrem schlecht raus, dass ich den Ball einfach dann lupfen kann und so dann auch 1-0 in Führung gehe. Ich habe noch ein paar Sachen wieder zu erzählen und zwar hatte ich ja ursprünglich vor, nach der 50. Folge die Serie zu beenden, aber ich würde das Ganze noch ein bisschen nach hinten verschieben, sagen wir mal so die 60. Folge. Ich werde in der nächsten Zeit sowieso mehr Videos bringen können, denn ich habe jetzt gestern meine letzte Sportprüfung absolviert vom Abitur. Nämlich Volleyball und ansonsten bin ich jetzt durch. Es kommt zwar noch eine Nachprüfung in Mathe, denke ich zumindest mal. Also da bin ich wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich auf jeden Fall dabei, weil meine Klausur einfach zu schlecht war und ich war mit zwei vorbenotet. Also da, aber die ist dann erst irgendwie Mitte Juni. Das dauert noch über zwei Wochen, bis die dann da anfängt. Deswegen habe ich jetzt ziemlich viel Zeit eigentlich auf der Hand und warum ich die Serie ein bisschen verschieben will, die zweite Season von Let's Game Until liegt daran, dass jetzt zum einen der Ultimate Team World Cup ja angekündigt wurde und jetzt ab Donnerstag oder Freitag, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall jetzt die Tage beginnen wird. Und da möchte ich natürlich auch noch ein Team haben, denn ich möchte, ja ich möchte wirklich da auch nochmal gucken, ob wir da nicht nochmal einen Five-Star-Skiller ziehen können. Denn man kann wirklich nur die Spieler ja in Packs ziehen, es gibt keinen Transfermarkt in diesem Modus und es wird auch nicht ganz so viele Five-Star-Skiller geben, aber es gibt auch insgesamt nicht so viele Spieler, denn es sind ja nur 32 Nationen, die bei der WM teilnehmen und somit dann 32 mal, was sind die Kader, entweder, ja doch, 23er Kader sind es, denke ich mal, 32 mal 23 ist gar nicht mal so viel. Also es sind auf jeden Fall deutlich weniger Spieler als beim normalen Foot und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlicher ist, einen Ronaldo zum Beispiel zu ziehen oder auch einen Neymar, der jetzt wieder im linken Mittelfeld oder im linken Flügel spielt und eine 87er-Gesamtwertung hat, also das wäre der absolute Hammer, wenn wir den ziehen würden. Dann würde es natürlich ein Team um den geben, also ich werde einiges an Packs ziehen, nochmal für diesen Foot World Cup, wird natürlich auch alles in Videoform geben, also ich habe mir da schon was Cooles ausgedacht, so eine kleine Serie, die dann noch demnächst kommen wird, so als Zweitvideo, das dann immer nachmittags oder kurz vorm Abend, so 18 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh kommen wird und dazu aber dann nochmal die Tage mehr. Dann habe ich noch was und zwar möchte ich, bevor ich die Serie beende, zum einen ja noch das Team of the Season Moreno Team machen, das wird natürlich zwei, drei Folgen gespielt, dann wären wir ja schon bei der 50. Folge, dann aber noch das Foot World Cup Team und ich möchte noch ein Team bauen, mit dem ich die Serie dann glanzvoll beenden kann und zwar habe ich mir das schon zusammengebaut, ich werde noch nichts darüber sagen, außer dass es über 10 Millionen Münzen kostet. Das ist dann schon mal ein Hammerpreis und ist meiner Meinung nach vielleicht das beste Skillteam, was man derzeit so bauen kann, was trotzdem noch volle Chemie bekommt. Und da sind zwei ganz krasse Spieler drin, die werden mir geliehen werden, da habe ich schon zwei Kollegen gefunden, also das ist schon mal sehr nett, und weil anders wird es nicht gehen, denn ich habe einfach diese Spieler nicht und ich habe die finanziellen Mittel erst recht nicht. Übrigens geiler, so ein Rero-Flick von Ben Ather, gehe dann leider sehr weit da wieder aus dem Strafraum raus, dann aber hier komme ich irgendwie vorbei. Also das ist eigentlich auch nochmal eine coole Szene, leider der Abschluss dann zu ungenauen Leite oder ne, Morais war das, failed da komplett. Also schafft es einfach nicht, den Ball da im Tor unterzubringen, sondern aus fünf Metern lupft er den einfach drüber. Aber sehr, sehr schade. Hier fliege ich dann übrigens nach der 90. Minute einfach raus. Ja, also ärgerlicher geht es nicht, denn es stand 1-1, es wäre in die Verlängerung gegangen und wirklich die 90. Minute werde ich von den EA-Servern gekickt. Also das ist natürlich auch eher semi-optimal, aber war jetzt eigentlich auch nicht so treigeständig. Ich habe ein schönes Tor gemacht und das ist ja Ziel der Serie. Dann habe ich aber noch, was vielleicht auch noch, also von den Spielern, es wird ein Peppe Team of the Season, Matuidi Team of the Season und ein Silver Team of the Season oder Team of the Year auf jeden Fall in dem Team dabei sein. Vielleicht kann man dann schon so ein bisschen sich denken, welche Richtung das gehen wird. Aber ich, genau das ist nämlich meine Frage. Wenn einer von euch einen von diesen Spielern hat auf der Xbox und er möchte ihn mir gerne leihen für zwei Tage, es reicht auch in der Woche, es muss gar nicht, es muss nicht am Wochenende sein, wenn ihr vielleicht selbst spielt, aber so in der Woche einfach für zwei, oder vielleicht auch nur einen Tag, vielleicht reicht selbst das schon. Wenn einer von denen hat und er möchte ihn mir wirklich gerne leihen, dann schreibt mich doch bitte auf meiner Facebook-Seite an oder aber auch per E-Mail, ist beides in der Videobeschreibung, also es sollte auf jeden Fall zu finden sein. Denn ich möchte einfach unbedingt dieses Team machen und damit wird auch noch Minimum dann drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Folgen gespielt, denn ich glaube, das ist der absolute Wahnsinn, dieses Team. Also da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Wir müssen gucken, wie wir das zurecht gebogen bekommen mit den finanziellen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Deswegen bettel ich schon fast hier, ob ihr mir nicht ein, zwei von den Spielern leihen könnt. Ich gebe sie natürlich zurück, also ich will jetzt hier keinen, nicht, dass ihr mir die schenkt oder so. Einfach nur, damit ich ein geiles oder sehr geile Videos daraus machen kann, weil das Team, ey, nee, das wäre echt der Hammer, wenn ich dieses Team haben würde, damit ein paar Folgen aufzeichnen und wirklich ein paar Spiele mache. Also ich glaube, da könnte man nochmal richtig fette Tore mitmachen. Jawohl, es sind übrigens gerade in der 48. Minute getroffen. Ich bin eigentlich jetzt soweit durch damit. Ich wollte eigentlich nur erzählen, wie so die nächste Planung jetzt aussieht von der Restzeit dieser See hier. 1-1 steht es ja hier. Wallison wieder am Ball. Erstmal den Foot-to-Foot und dann noch ein Heel-to-Heel. Hier schön mit einem Ball-Roll-Flick. Running Drag-Back-Fake, glaube ich, sehr, sehr oft in dieser Episode dabei. Genau wieder Running Waka-Waka. Generell, also vier gute Tore waren jetzt schon, eins kommt sogar noch. Das war wieder recht schwierig für mich ausfindig zu machen, welches denn jetzt das Tor der Episode ist. Da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, welches Tor ihr jetzt am besten fandet. Also ich finde das am besten, was gleich noch kommt. Also da könnt ihr auch nochmal gespannt sein. Ronaldinho jetzt am Ball. Mache ich schön mit dem Rabona-Fake, dann der Advanced Rainbow. Schön über den Gegenspieler. Aber dann der McGeeley oder Berber-Spin durch die beiden Gegenspieler durch. Hat nicht genau funktioniert. Jobson hat dann in der 90. Minute nochmal eine gute Chance. Wieder mit dem Heel-to-Heel. Da sehr schön stehen geblieben mit dem Roulette. Aber dann der Scoop-Turn leider doch etwas zu viel. Bin ich zu sehr in den Gegner reingegangen. In die andere Richtung wäre der Scoop-Turn wesentlich besser gewesen. Wäre die bessere Option gewesen. Also gehen wir in die Verlängerung. 106. Minute. Und in dieser Szene habe ich einfach mal so unglaubliches Glück. Hier erstmal schießt er von Pfosten. Der Abpraller geht zu ihm. Er schießt wieder von Pfosten. Er bekommt wieder den Abpraller. Schießt meinen Torwart an. Er bekommt wieder den Abpraller und schießt nochmal meinen Torwart an. Also vier Torchancen in dem Sinne. Und jedes Mal hat entweder der Pfosten oder mein Torwart pariert. Sehr, 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 sehr glücklich diese Szene. Also da hätte das Spiel durchaus entschieden sein können. War es aber nicht so, dass es dann im Elfmeterschießen endet. 1-1 steht. Der Gegner trifft auch. Ich spule das Ganze immer ein bisschen vor, weil es einfach sehr, sehr lange dauert. Und einfach in so einer Skillserie meiner Meinung nach nicht so interessant ist. Da es jetzt nicht unbedingt überhaupt auf den Sieg ankommt. Sondern einfach darum, dass sich ein paar sehr, sehr geile Tore machen. Ich glaube, das war auch wieder der Fall. Ein Spiel kommt ja noch. Der Gegner hat jetzt hier wieder mit dem Elfmeter. Und diesen halte ich. Und dadurch hat dann Calvin jetzt die entscheidende Chance, das Spiel zu gewinnen. Und das macht er auch. Der Torwart von ihm geht zwar in die richtige Richtung. Springt aber nicht hoch genug, sodass Calvin über ihn drüber schießt. Und so gewinnen sie aber also das dritte Spiel. Ein Spiel haben wir verloren. Ich glaube, die anderen beiden haben wir gewonnen. Und das vierte Spiel ist gegen ein eigentlich ziemlich cooles Team, wie ich finde. Rodriguez Team of the Season hat er auch dabei. Vielleicht der beste offensive Mittelfeldspieler, den es gibt im FIFA Ultimate Team. Denn der hat einfach unglaubliche Stats. Ben Afer hier direkt mal mit der ersten Szene. Ja, schiebt den Ball da ziemlich locker rein. Fand ich jetzt eigentlich gar nicht mal so toll, das Tor. Waren zwar ein paar Skillmoves dabei, aber es war mehr so ein bisschen auf Sicherheit gemacht, dieses Tor. Jetzt dann aber Ben Afer mit der nächsten Szene. Und das ist einfach so mit die geilste, finde ich da. Da mit dem Dragback zieht vier Gegenspieler auf sich, spielt auf Maikon Leite und der lupft einfach über den Torwart. Finde ich ein richtig geiles Tor, weil das gefällt mir einfach am besten sogar am Skillen. Wenn man viele Gegenspieler auf sich zieht, ein paar davon austrickst und dann aber immer noch die Sicht für den freien Mann hat. Und das hat hier wunderbar funktioniert. Maikon Leite lupft da sehr schön über den Torwart. Dann wieder Ben Afer, der dreht einfach komplett durch in diesem Spiel, holt da den Freistoß raus nach dem Running Waka Waka. Und den schießen wir natürlich auch mit ihm aus 20 Metern. Sehr, sehr gute Position. Und den macht er auch in den Pfosten rein. Also schon das zweite Tor jetzt für Ben Afer nach 29 Minuten und eins hat er auch schon vorbereitet. Und wir gehen in die 35. Minute. Diesmal ist es Maikon Leite am Ball. Macht da einen ziemlich bescheuerten Fake Shot eigentlich. Aber er haut mich wieder komplett um. Und es gibt den nächsten Freistoß. Den treten wir auch mit Ben Afer. Position ist nicht ganz so gut, aber auch der ist drin. Hattrick für Ben Afer und eine Torvorbereitung. Also nach 37 Minuten zwei Freistoße getroffen. Das ist glaube ich eine richtig verdammt gute Quote irgendwie. Ich glaube zwei Freistoßtore in einem Spiel hatte ich noch nie oder höchstens ein oder zweimal. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal zwei Freistoßtore in einem Spiel gemacht habe. Jedenfalls, der Gegner kommt nicht mehr zurück ins Spiel. Macht zwar noch den Anschlusstreffer, aber 4-1 endet es. Ich habe in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nichts hinbekommen. Trotzdem hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Kill mit Hilfefolge 48. Und ja, tschüss.